Seid ihr da? So, heute dürfen wir uns treffen. Das ist so eine sehr gute Nachricht. Es gibt sehr viel eben zu feiern. Wir sind hier. Also heute möchte ich ganz besonders über Solidarität zwischen Bewegungen sprechen. Gleichzeitig treffen sich Leute an der Siegelsäule von der Black Lives Matter Bewegung. Gibt es Leute hier, die ihre Solidarität aussprechen möchten für Black Lives Matter an der Siegelsäule? Ja! Es ist so aufgewöhnlich!